Mein Name ist Jeff Chalius und heute bin ich nicht gestorben. Die haben mir das Herz gestohlen. Warum haben sie mich nicht einfach sterben lassen? Sie haben sie am Leben gehalten, um ihre Organe zu ernten. Sie haben hier ein künstliches Herz implantiert? Ja, ja, ja. Wie viele Balken zeigt die Batterie an? Einen. Dann hast du noch eine Stunde. So lange hält der Akku in deinem Körper, ist noch am Pumpen. Ich will Starthilfe. Schön. Ich bin so verwirrt. Wo hast du gesteckt? Ich dachte, du bist tot. Das war nicht richtig, oder? Hola, Jeff. Soll ich mich ducken? Ja. Gar nicht so, liebe. Such jemanden, an dem du dich reiben kannst. Lad dich elektrostatisch auf. Er behandelte mich wie eine geile kleine Hure. Okay, das war mir etwas zu ausführlich. Die haben, was du brauchst. Den 1A-Betriebszustand. So sagt das also. Ich gewinne. Ein noch unbekannter Mann ist verantwortlich für einen Sturm von Brutalität, Mord und unzüchtigem Verhalten, der über Los Angeles hinwegfegt. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Ihre Kollegen haben etwas, das mir sehr kostbar ist. Und ich will es mir wiederholen. Crank 2 High Voltage Diese Dinger sind nicht auf körperliche Anstrengungen ausgelegt. Erzähl mir, was Neues. Ja. 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 Ja.